Okay, bringen Sie seine Schilder online. Okay, Schilder werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Aufladung normal, alle Anzeigen auf grün. Rücke an Krio 2, hier Captain Keyes. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Krio 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Krio 2! Bitte nicht! Sam! Sam! Los, wir müssen raus hier! Hier dann! Sicher gestrengt jetzt! Los! Los! Und los! Zurück! Alarm an alle! Enttertippe auf den Backbordex 4-7-4-7. Weltkrieg eingreifen! Sir, der Captain braucht Sie dringend auf der Brücke! Folgen Sie mir! Hier drüben! Auf geht's schief! Helfen Sie mir! Captain Keyes? Schön Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben. Wir hatten keine echte Chance. Ein lustig überlegene Kamenschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei... Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enter-Kommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Pam! Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline! Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut. Neuer Befehl, Kohlprotokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche, drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana. Aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vom Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Orten wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Hm. Ihre Architektur und die der Orten ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie Ihr Bestes. Kommen Sie so hoch. Kommen Sie auf. Halte es so hoch. War mir noch. Klaufeuer. Wir haben alle Wohre aufzusehen. Wir haben wirklich so hoch. Klaufeuer. Das wird nicht so hoch. Wir haben wirklich das ganze Mieter. Für den Feuerschutz. Lass dich nicht auf der Irmung zu sehen. Auf, Klaufeuers. Oh, ja. Suchen wir sie. Die Kammererei ist da. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Tempo zurück zur Luftschleusung. Sie benutzen die Luftschleusende Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Die Kammererei ist da. Ja, Mann! Die kommt nicht wieder. Allianz-Truppen im Gange über uns. 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 Wir sind allein, weg hier! Wir sind allein, weg hier! Die Schäden an den Aufrauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Ortem noch lange mitmacht. Alle Rettungskarten sind noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein! Ei, ei, Sir! Abdocken okay. Gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir! Ich will hier draußen nicht sterben! Seht! Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Ortem, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Ortem beschleunigt. Kees fliegt manuell. Festhalten, wir sind da! Fünf Sekunden bis zum Atmosphäre-Eintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Wir haben welche. Wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020